Moin Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal! Heute sind wir bei Niendorf Nord und wir fahren nach... nach Berliner Tor. Viel Spaß euch! Im Schluss sind die U2 und U4 auf verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin-Natur und Milchstedt gesperrt und durch Busse ersetzt. Grund hierfür sind Stellwerksarbeiten. Weitere Informationen zu den einzelnen Sperrungen und veranschließenden Großsperrungen zwischen Raushaus und Sittinenstraße finden Sie in den Aushängen auf den Haltestellen und auf rvv.de U2 U4. Nächster Halt Schippelsweg. Ausstieg rechts. Best Ansagen ever. Nächster Halt Schippelsweg. Könnte eigentlich immer ruhig so spät kommen. Nächster Halt Joachim-Mehl-Straße. Ausstieg rechts. Nächster Halt Schippelsweg. Nächster Haltes Hecht. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Norddeutscher Rundfunk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ausstieg rechts Ausstieg rechts WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH